so leute hier sind wir wieder bei einem neuen part von my hero one justice ja wir sind jetzt hier bei missionen nummer 63 der vorhang fällt meine damen und herren treten sie heran heute abend werde ich sie mit meiner macke unterhalten kann tricks keine geräte sie werden ihren augen nicht trauen bereit 12 und ja genau das video und sobald das video wieder abgespielt ist bin ich wieder für euch da und wir kämpfen und was weiß ich nicht alles ja und dann haben wir wie gesagt also noch 25 prozent und dann ist dieses spiel auch schon durch und das dauert gar nicht mehr so lange immer katschern noch kohle ist jetzt die karte länder so noch mal kam auch schon mal doch nie noch karlena reno magic dem uratio kohle 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 Das war die große Erste. Das ist der Sieger, was der Sieger. Ich würde es auf einen Entfernenstil zu sein. Wir sind der Erblich-Berufs-Bereich. Wir haben die Erblich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Wir haben eine kurze Zeit, aber wir haben es einen Erblich. Wir sind die Erblich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Das ist nicht so, was ich. Ich bin ein Wunder. Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht, der mit der Maske, der hatte eigentlich im Anime schon eine etwas größere Bedeutung, allerdings kann man ihn hier nicht spielen, warum auch immer. Ja, wir können das wieder mit der Dame spielen aus dem letzten Part, ich habe den Namen wieder vergessen, ähm, vollendeter Sieg, das ging schnell, sieht aus, als hätten wir schon das, was wir wollten, ne gut, dann gehe ich wohl mal wieder zurück zum Abholpunkt, jo. Ich denke noch so zwei oder drei Parts, dann haben wir dieses Spiel auch schon durch, und dann, wie gesagt, dann bleibt nur noch One Piece über, Dragon Ball, Budokoi, Tenka, Sheet 2 und Raging Blast 2. Ja, das ist ein geheimnisvolles Gerät. Ja, das ist ein gellertes Gerät. Das ist ein Zeichnis gewalt, dann war es so, wie gesagt, man kann es spielen, um ihre Rage wort, sich zurückzuholen zu werden. Ja, die ist echt blutgeil. Ich wollte gerade sagen, seit wann schießt der Feuerbälle, aber der hat ja seinen Teamkameraden noch, habe ich ganz vergessen. Oh, das fahre ich mir aus. Boom. Was? Wir haben den geklont, wir haben ihn geklont. Achso, jetzt verwandeln wir uns wieder zurück. Schade, ich dachte wir klonen auf unsere Ults. Na egal. Ich habe meine Errungenschaft zu halten, das seht ihr leider nicht, weil ich ja Spielaufnahme mache. Da kommen keine Benachrichtigungen. Aber wir haben Schurkenliga freigeschaltet als Errungenschaft von Steam. Das wird ein S. Sehr schön. Wir steigern uns wieder, Leute. Was? 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 das Angebot, was ich gerade meinte. Das sehen wir uns dann mal in Ruhe an. Das war's. Ich kann nicht mehr so gerne, wie ich kann. Ich kann nicht mehr, wie wir uns gewinnen und die Welche sind. Wir müssen uns mit einem qualitenden Schauspielern und mit einem Mann zu sagen. Ich will also mit einem Mann zu gewinnen. Ich will auch mit einem Mann zu gewinnen. Aber du wirst auch mit einem Mann zu gewinnen. Ich bin der Allmite. Ich bin der Allmite in der Begriffe. ja ich finde Bakugo immer so lustig ja und der geht richtig ab, der gute ein grab, das darin grab vergesse ich immer wieder Feuer mit Feuer bekämmten ups hüppsala, nein, wir haben besiegt besiegt ein Armour, oder? egal nein wir müssen etwas ich habe schon die hand an der sache nach zwei oder drei parts haben wir das spiel auch schon durch und jetzt schon bei 78 prozent und der letzte boss wird sich uns wohl bedauerlicherweise nicht anschließend ich rede nicht gern wenn es auf tauben ohren trifft von daher meister verleihen mir deine stärke wir haben jetzt die entscheidung zwischen sie oder dubbi ja und wir müssen gegen allmight kämpfen das ist natürlich wieder die andere sache ich glaube wir kämpfen mal lieber mit ihm versuche ist ich denke mal gegen allmight wird das auf jeden fall nicht einfach denn ja der ist ja der stärkste da und ja wie gesagt mal sehen ob wir das schaffen ein jr mei ga boss janeer sch kong また眠らせてしまっておけ ここまで人の話聞かねぇと 逆に関心するぞ 聞いて欲しけれど下座してしねー 櫻井 g ja na na aber ich bin jetzt ein bisschen anzuschreiben wir ziehen nämlich verdammt wenig wie ihr seht er zählt mit einem scheiß punch verdammt viel auch richtig mag aber ja jetzt einfach mal so in der kampf das ist zu spät viel zu spät war der zieht so fucking viel wir brauchen gewissen was was es kann nicht sein knapp wir sind schwerer wäre sogar es gewesen Aber es nützt ja alle nix, wir müssen Rückkampf machen, wir müssen mehr aufpassen, besser aufpassen. Weil ich denke, wie man diesen scheiß Grab ausreicht, das fuckt mich ab. Warum machst du das? Oh come on. Vollstückt mit dem Kopf in der Wand, ey. Okay, ist gut, übertreibt nicht. Oh, wir können, egal was machen, er kommt raus dieser Arsch. Ich hab ausgerechnet, er kann so meine Verteidigung durchblocken, direkt so. Zwei-Hil-Tar. ich bin jetzt nicht mehr dran das kam verpiss dich die weg ich wollte ich nicht das kann doch nicht wahr sein alter das war glück und das war peinlich aber wir haben ihn besiegt also gegen all night ist wie gesagt nicht einfach und das war ich war guten es trotzdem ist okay ich glaube ich würde ein bisschen dritte dass mir egal egal doch ich 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 Und Fortsetzung folgt. Okay, das war mit ganz viel Glück, haben wir da gewonnen. So, wir haben jetzt hier noch zwei Videos, die gucken wir an. Dann geht es erstmal weiter. Äh, dann machen wir erstmal einen Cut. Also dann mache ich den nächsten Part noch weiter. Also erst noch die zwei Videos und dann, ja. Okay. Okay. Aber ich konnte nicht helfen. Es war schwer, Shimura Tenko-kun. So, so... ...ich heimlich. So, so, so... ...ich heimlich. Alle, die sich nicht so sehen, haben sie versucht, was sie zu sehen. Wer hat sich in dieser Welt diese Welt? Ich bin nicht so schlecht. Es ist so... ...ich... ...denker. Es ist nicht so schlecht. ja und dann gucken wir noch das letzte video und dann beende ich erstmal diesen part und dann machen wir den nächsten part weiter und ja und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau so, jetzt mache ich erstmal eine kleine Unterbrechung machen, dann kämpfen wir mit 041, da bin ich echt mal gespannt, wie der sich spielen lässt, dann ja, danke schon mal, haute rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.